Das Icon Pack kommt auf uns zu und ich musste meine komplette überteuert Verkaufsliste überarbeiten, weil es einfach nicht so lief, wie ich mir das gewünscht hätte. Deswegen habe ich nochmal komplett den Frühjahrsputz gemacht und ich werde dir auch hier im Video meine komplette Liste und Karten zeigen, die gut laufen, die du dir jetzt auch auf die Liste packen kannst, damit wir noch ein paar extra Coins machen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du dem Video kurz einen Daumen nach oben gibst und ja, wie schon gesagt, heute Abend oder spätestens morgen Abend soll ein Max 87 Icon Pack kommen. Viele haben mich vorher im Live gefragt, soll ich jetzt noch investieren? Freunde, wenn ihr auf YouTube oder wo auch immer hunderte Videos sitzt, jetzt diese Karten zu kaufen, weil dieses Icon Pack kommt, dann seid ihr eigentlich schon zu spät dran. Ihr könnt jetzt noch 84er mitnehmen bis 1,2k, kann man die locker mit einem chemistry style nehmen und schon mal überteuert verkaufen für 2,1 anbieten, stündlich anbieten, jede Karte einmal spielen, je spielbarer desto besser. Aber große Invest in 86er macht schon mal weniger Sinn, weil die Preise teilweise bescheiden sind bei 16, 17k, 85er könnte man noch mitnehmen bei 5,5, aber die waren halt auch schon mal bei 4k zu haben. Oder wenn du jetzt sagst, die spielbarer 85er nimmst du mit, ja für deine ÖV-Liste, das ist noch in Ordnung. Alles andere würde ich mir jetzt mal anschauen, wie die Ansprüche sein werden. Letztes Jahr haben wir ja auch das Pack bekommen für ein 86er Rating und für ein 84er Rating. Mal schauen, was ihr dieses Jahr haben möchtet. Ihr könnt auch nochmal versuchen Low Rated Inform Karten mitzunehmen mit bis in Rating 84, aber das war es schon. Also am besten immer, wenn ihr investieren wollt, macht es frühzeitig und nicht jetzt noch. Also viele merken noch nicht mehr, scheiße, jetzt ist alles gut gestiegen und ich habe vergessen zu investieren und wollen dann alle nochmal schnell rein. Aber das hier ist nicht meine Devise. Gute Coins sind die sicheren Coins. Wenn ihr schon gut investiert habt und Anstiege da sind, nehmt es die sicheren Coins. Ja, spekuliert nicht, dass die Karte extinct geht oder was auch immer. Wenn ihr gute Gewinne habt, nehmt es die Coins mit. Genauso bei den RTTG Karten. Pokert es nicht. Ich mag es nicht. Diesen Gamble Content. Immer das Maximale. Den bestmöglichen Einkaufspreis. Den bestmöglichen Verkaufspreis. Kann man sicherlich bedienen, wenn man Erfahrung hat. Da aber ich für meinen Teil bin. ÖV Trader mit Leidenschaft. Und bei uns ist es wichtig, dass die Listen funktionieren. Und wenn guter Content kommt, ziehen die ÖV Listen wieder an. Gestern, die letzten Tage hat man nicht so guten Content. Daher läuft es wahrscheinlich auch nicht so, wie ihr hofft. Ihr seht es jetzt hier seit gestern. Ich hatte gestern im Video glaube ich so 7, 8 Verkäufe. Es sind noch ein paar dazugekommen. Ja, die Karten. Auch so Nunez, Korea. Ja, habe ich ein paar wieder nachgekauft. Und ich lösche die Verkäufe jetzt erstmal. Und dann bieten wir die Karten an, die wir gerade im Live gemeinsam nachgekauft haben. Grüße übrigens jeden Einzelnen, wenn du da bist. Wenn du vorher im Live dabei warst und jetzt auch dieses Video anschaust, freut mich sehr. Und so mache ich jetzt das nach Preisgestalter, mache ich jetzt nach Bauchgefühl. Wer Fragen hat zur richtigen Preisgestaltung, hier ist nochmal die Übersicht. Fädenanfänge, haltet euch daran. Das wird euch sehr, sehr helfen. Binde ich euch an im ersten Post, im ersten Kommentar des Videos. Gerne rauf, holt euch die Übersicht und nehmt es als Vorlage. Steht alles nochmal beschrieben, wie es denn sein soll. Und Flashback Aspas ist auch noch angekündigt. Deswegen habe ich mir mal in Gaia noch mit auf die Fahrliste genommen. Ob es sich auszahlt, weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie gut die Karte ist. Könnte halt sein, dass Spanier oder Karten aus La Liga dann wieder sehr gut laufen. Und vielleicht auch mal die Fahrliste ein bisschen umstrukturieren. Okay, gehen wir aber weiter jetzt hier rein. Kurz, weil das Video soll nicht zu lange werden. Ich will immer ein längeres, dann wieder ein kürzeres. Um halt auch so wenig wie möglich von eurer Zeit zu beanspruchen. Hauptsache, ihr seid gut informiert. Heute Abend ist auch noch ein kleiner Mini-Release, denke ich mal, von den Trailblazers-Karten. Mal schauen, was wir da für die Fahrliste bekommen. Lukaku habe ich für 25 nochmal mitgeholt mit dem Hunter. Könnte natürlich auch sein, dass der günstiger wird, aber ich finde den Preis ganz gut. Bei Henderson, den habe ich ein bisschen teurer geholt mit dem Shadow, weil der Shadow einfach wertvoller ist. Bitte ich plus 4 an, plus 4,5. Dann Quarta, ging sehr, sehr gut am Wochenende. Kann man für 10,5 packen Sie mal ein Gärtnerl ist drauf und Bitzner für 14,7,50 an. So gehe ich, also Preisgestaltung hat immer so ein bisschen mit Bauchgefühl zu tun. Oder so ein Romero, der sehr, sehr gut läuft mit dem Shadow zum Marktwert. Kann man jetzt für plus 5, plus 6, plus 7k anbieten, wenn man das möchte. Einfach nach der Übersicht da vorgehen. Die Karten auch im Wild sind. Schau, mit 4,10k mit dem Hunter bekommen. Ey, da muss ich schon 5k mit verdienen. Sag ich, wie es ist. Fing am Wochenende dreimal raus. Gute Karte. Darf auch weiterhin auf der Liste bleiben. Wagner genauso mit dem Anker. 15,7,50. Könnte ich mir schon mal vorstellen, dass er vielleicht auch mal in der Bundesliga spielen wird. Ja, ist eine sehr, eine halbende Karte, die man hauptsächlich über den FIFA Circle kennt. Geht mega viele Spezialkarten, ist in vielen Teams vertreten. Keine Ahnung, Milinkovic, Savic, 14,43, 43,7,50. Ja, schöner Preis mit dem Shadow. Laurin James. Ja, kostet 5,100 mit dem Hunter. Für 3,100 biete ich die an. Es sind so Karten, ja, wie ein fremden Punkt auch, der jetzt gestern ist, die Xavi-Simmons-SPC gekommen, die ich übrigens nicht machen würde an eurer Stelle. Viel zu teuer für ein 84er und eine Karte, die 3,4 hat und noch nicht schießen kann. Also wenn ihr wirklich viel zu viel Futter habt, wartet jetzt erstmal auf die Icon-SPC, ob ihr die machen wollt. Es gibt ein paar coole Icons, die man ziehen kann. Aber wenn ihr viel zu viel Futter habt, dann nehmt euch den Simmons gerne mit, wenn ihr Bundesliga-Team spielt. Aber so finde ich das Preis-Leistungs-Fell ist von der Karte nicht so gut. Ja, wir können jetzt nochmal gucken, wie die Icons aussehen, die man ziehen kann. Denn das Spiel hat sich wieder mal aufgehangen. Ich muss kurz wieder beenden und neu starten. Wie immer, das Menü von EA wirklich Katastrophe. Schreibt es mal bitte eure Meinung. Das würde mich interessieren, das nehme ich dann auch morgen mit ins Video mit rein. Was denkt ihr über das Menü? Ja, bitte mal, bitte natürlich sportlich fair bleiben in der Formulierung. Aber schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, was ihr über das Menü denkt. In Form, wenn man Training macht, wenn man die Karten regelmäßig einkauft. Egal ob Companion-App oder Web-App oder Konsole. Das ist halt schon mega, 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 mega unzufrieden. Ja, nicht zufriedenstellen, sage ich jetzt mal. Ich wollte jetzt eigentlich ein anderes Wort sagen, aber ich will hier auch sportlich fair bleiben. In der Anmoderation, damit es ihr auch bleibt. Es lädt jetzt gerade nebenbei hoch. Das sind die Icons, die man ziehen kann. Aber schreibt es dann gerne mal eure Meinung zu dem Menü rein. Würde mich interessieren. Wer nicht so viel schreiben will, einfach Hashtag 14 OGs abfahrt. Okay, dann haben wir Michael Essien, Claude Macalele, Zambrota, Raika, Zola, Petit, Balak, Barnes, Vidic, Torres. Ja, das sind jetzt keine Karten, wo man sagt, juhu, die will ich unbedingt spielen. Aber wenn man es halt dann zieht für ein Icon-Pack, das 100k kostet, dann wäre das meiner Meinung nach in Ordnung. Wir werden es definitiv zusammen auf meinen Content machen. Vielleicht sogar auf meinen Account machen. Wegen dem Content. Vielleicht sogar auf beiden Accounts. Ja, mal gucken. Weil es ist guter Content. Morgen 17 Uhr, wenn ich wieder live, wer da Bock hat, schaut gerne rein. Morgen kommt dann auch noch für YouTube der Topseller Peter Crouch. Und Cahill möchte ich mal testen. Würde ich jetzt noch keine Empfehlung rausgeben. Ihr wisst, ich empfehle immer nur Karten, die ich selber gut verkaufen kann. Oder wir, MMTV und ich, empfehlen immer nur Karten, die bei uns gut laufen. In Pemper habe ich gesehen, ist bei 6800. Biete ich jetzt mal für 9500 an mit einem Shadow. Dann Oseman, auch ein 88er mit einer guten Preisrange. Kann man auf jeden Fall mal für 32 noch mitnehmen. Sollte ein bisschen günstiger werden. Haben immer noch den Zahlen wieder zu 23. Dann Rapinoe, eine der meistgehasstesten FIFA-Karten. Ich weiß noch nicht genau, wieso. Kann man das jemandem erklären? Warum die so gehasst wird. Wie es komplett mega disliked auf Foot bin. Keine Ahnung, was da los ist. Ich bin gegen Hass. Love. Liebe ist das Allerwichtigste im Leben. Und ich weiß nicht, was die verbrochen hat, damit die so ein Hate immer bekommt. Aber egal. Gut, wir gehen weiter. Mit Grealish. Dann auch noch ein Raffinia. Vielleicht bekommt ihr den mit einem Hunter. Könnt ihr für 8600 mit einem Hawk anbieten. Oder für 9600 mit einem Hunter. Arte ging auch raus. Hier bei den Karten, bei den 85ern, die biete ich pauschal für 7400 an. Weil es der Zahlendreher ist zu 4700. Sterling kann jetzt wieder mit. Der kostet 2100. Kann man einen Zahlendreher machen. 1200 kostet er, sorry. 2100. Der Zahlendreher drauf. Dann Ramsdale. Ja, habe ich jetzt zwei drauf. Ein Plus. Ein Karten. Den nächsten kann man plus. Ein Zahlendreher zu 1400 machen. Genauso wie ein Upamecano. Der kostet auch nicht mehr viel. Da kann man jetzt dann meinetwegen schreit. Ich setze meinen Einkaufspreis. Der ist alles andere als optimal. Aber so ist es. Und so solltet ihr auch wirklich vorgehen. Die Preise konsequent zum Markt nicht anpassen. Wenn es nicht so gut läuft. Ja, auch wenn man mal einen Minus macht bei Überteuerverkauf. Jeder, der Trading Content macht und sagt, der hat noch nie Minus gemacht. Spricht nicht die Wahrheit. Soweit lege ich mich aus dem Fenster. Trading. Try and Error. Sachen probieren. Austesten. Ja, mal Karten kaufen. Und wenn die Karten nicht gut gehen. Nicht den Kopf in den Sand stecken. Weiter anpassen. Und es wird wieder funktionieren. Man darf sich hier nur nicht aus der Ruhe bringen lassen. Sage ich mal. Weiter positiv bleiben. Die Karten dann für so anpassen. Dass man die Wahrscheinlichkeiten halt wieder höher schraubt. Und dass sich die Karten dann auch. Dass sie, ey was ist denn mit dem Menü. Dass die Karten dann auch einen Käufer finden. Ja, aber ich bin für meinen Teil. Wenn es mal nicht so gut läuft. Wie von gestern auf heute. Dann setze ich mir hin. Und will mit euch weitere Inspirationen sammeln. Und mit euch das so aufbauen. Dass wirklich jeder hier. Der mir auch vertraut. Mir seine Coins anvertraut. Eine Hilfestellung kriegt. Und Preise anpassen ist natürlich immer das allererste. Was man machen sollte. Und auch machen kann. Wenn es nicht so gut läuft. Und daher muss ich jetzt noch den Emiliano Martinez listen. Und wenn es dann besser läuft. Dann werde ich euch morgen davon berichten. Wenn es nicht so gut läuft. Werden wir weiterhin anpassen. Bis es wieder läuft. Das verspreche ich euch. Also könnt ihr gerne mal ein Abonnement da lassen. Wenn ihr das möchtet. Und 70% meiner Zuschauer folgen nicht meinem Kanal. Ja ich weiß nicht woran das liegt. Vielleicht habt ihr keinen YouTube Account oder so. Nennt es euch gerne mal Sweepix bester Mann hier Kappa. Und kommentiert es. Und dann sagt es mir. Dass ihr extra wegen mir den Account angelegt habt. Das hat letztens einer auf der Plattform gemacht. Wo ich immer live gehe. Hat mich sehr gefreut. Ist ja auch ein Kompliment. Aber ich will nicht der beste Mann sein. Ich will nur eine vertrauenswürdige Anlaufstelle sein. Wenn es ums Coins vermehren geht. Und euch dann hoffentlich dann irgendwann auch mal mit dem anderen Content. Der daraus entsteht. Gut unterhalten kann. Um einfach so einen kleinen Unterschied. Zu den Sorgen des Alltags. Die uns alle prägen. Okay. Das ist jetzt mal eine angepasste Liste. Götze. Mertens. Erdnötige K-Karten. Die ihr gekauft habt. Wenn ihr die Liste mit mir gebaut habt. Die gut angestiegen seid. Könnt ihr auch überlegen. Gut angestiegen sind. Könnt ihr euch überlegen. Ob ihr nicht rausgehen möchtet. Ich gehe jetzt hier mal im Schnelldurchlauf durch die Liste durch. Ihr könnt euch das Video jederzeit langsamer anschauen. Halbe Geschwindigkeit oder so. Oder ihr könnt es das Video nochmal anschauen. Wenn es euch zu schnell ist. Die Preise sind alle angepasst. Die Liste ist komplett angepasst. Auf dem Discord werde ich es auch nochmal komplett posten. Wie immer. Wenn nicht mehr da am Start ist. Ihr kommt da rein mit der YouTube Kanalmitgliedschaft. Oder halt da wo ich immer live bin. Wenn ihr da seid. Klappt es auch. Oder mit Kanalpunkten gratis. Ja. So. Das war es. Hier haben wir noch einen Pimpong. Den muss ich noch listen. Jetzt ist das Menü schon wieder so schlecht. Einmal 5,3. Fertig. Dann bin ich fertig. Danke fürs Anschauen. Video noch liken. Wer es nicht gemacht hat. Peace out.